Guck mal, welche Sanktower gab es da nicht? Eine Abteilung wo wir auch ziemlich viel Bäume hatten mit wenig langen oder mittleren Strecken Keine Ahnung, ich muss dir sagen, ich merke die Maps nie Was? Ey, was spielst du denn jetzt? Ich sag mal, die was spielen Oh mein Gott Jetzt muss ich nur noch gut spielen Mäh Ich spiele und spiele Ups 5 4 3 2 1 Runde 1 1 2 1 2 1 2 2 2 3 3 4 4 3 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 6 6 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 6 6 7 9 10 5 5 6 6 8 8 8 10 6 5 8 7 9 10 9 9 10 10 11 14 16 25 Was? Kein Wachon, ey Ach man, ey, es hat einen Strich bei ihr gefehlt Ja Mann, jetzt hat sie mich selber geholfen Ja Junkhead rechts oben, oder wer auch immer da steht Nicht mehr So Keiler weg Da kommt los, Jo, bei dir Ja, soll ruhig kommen Scheiße, ich hab ihn verloren Ach, er ist nach oben glaub ich gegangen, oder? Nee Stirb mir nicht, ja Fuck, ey Ah, ich wollte noch wegkommen Dann, hinkommen Der ist da oben, ne Ahhhh Nei, hat mich eingefroren Ich bin eingefroren Nice, Reinhard, hast du gut gemacht Oh, das Ding gewinnen wir auch noch Also zumindest diese Runde Ja Ja, Reinhard hab ich gekriegt Haha Ich wusste doch, dass der da war Ich hab ihn geheilt Oh, ich hab Gold in Heilung Cool Ich bin wieder da Ich bin wieder da Ich wünschte ich hätte mehr Zeit Die Ausrüstung zu testen Hallo 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 Okay Gameplay Uns Hahahaha Fünf Zulie Jawohl Zulie 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 Achso Aber hält leider nicht lange an Aber hält leider nicht lange an Scheiße, das war so ne dumme Idee hier rein zu laufen Oh komm, überlegst das Nee, ich hab drei Leute die mich angreifen Ich bin wieder da Ich bin wieder da Danke Zwar auf den Punkt, aber ich werde mich wieder überlegen Scheiße Bitte, die dumme Gumae Och mein Roboter Hat mir keine Mercy Doch, ne Wups, das überlebe ich hier nicht Ich bin wieder Ich bin wieder Entworte Ich bin wieder Oh, das ist echt dein Geist Ah, mann. Hm. Ein Soldat, nicht bei mir. Wow, ich hab schon wieder Ulti? Ich hab Ulti schon einmal eingesetzt. Ich hab meine gerade suchbehindert verwendet, aber egal. Wo seid ihr? Wir sind auf dem Putsch. Ey, der hat schon wieder Ulti. Soldier, hinter dir. Erwischt. Ja, das ist jetzt gerade schlecht. 2, 1. Wo ist er denn jetzt da? Von wo? Äh, vom, ich wollt grad sagen Haupteingang, aber... Lucio ist bei uns. Oh, ja. Der ist aber aggressiver als für einen Heiler. Ja. Na, vorwärts. Hier oben irgendwo. Oh, heil. Hinter uns ist ein Soldat oder hinter mir. Hinter uns ist ein Soldat oder hinter mir. Danke. Oh, ja. 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 Wo ist der Vogel? Der slidet durch die Wände und so. Über die Wände. Verdammt. Senjata hat schon wieder Ulti. Wie die ihre Diva da alleine gelassen haben, ne? Ein bisschen höher. Mei, pass auf, die wird gleich fließen. Oder kannst du sie am Gumpfjäder nicht? Ich hab die ein bisschen weggeschossen. Also glaub ich jedenfalls, dass ich das getan hab. So. Shit, wir haben hier irgendwo. Affe. Nee, wir haben hier glaub ich irgendwo. Ich hab leider gerade, kann ich jetzt grad nicht heilen. Jetzt kann ich wieder heilen. Mei. Ja. Bei mir auch. Boah, 7000 Heilung. Scheiße, ich bin bei 27 Kills. Ist mir gar nicht aufgefallen. Vielleicht bei dir. Naja, hab damit nur Silber, ne? Egal, win is win. Ja. Oder das Team, ne? Ja. Äh, ja. Oh, da hat er mich... Deswegen hat er mich gekriegt. Okay, gut. Wir haben gewonnen. Ach stimmt, die erste Runde haben wir ja auch gewonnen, ne? Mhm. Stimmt. Wir haben gewonnen. Ja. Ich habe heute mein Silber. Woah. Naja, mal gucken wie es weiterläuft. Ja. Also erstmal. join. Let's clean. Das hat gerne. Ja, ich meine.